Moin moin, willkommen zurück. So, weiter geht's. Ich werde jetzt erstmal kurz ein Nickerchen machen, weil er gerade mitten in der Nacht ist. Und, ähm, schauen wir mal, ne, was wir heute so machen. Ich sehe gerade, ich habe da unten auf der Leiste noch ziemlich viel, noch ziemlich viel Zeug. Achso, lass uns erstmal kurz nochmal, machen wir nochmal einen Pilzeintopf, ja? So, das ist Holz, das ist Stein. Ne, das war Metall, ne? Ich habe doch gar kein Steinlager. Fällt mir gerade auf. Okay, ne, kein Problem. Das ist dann Metallteile. Genau, die lassen wir hier. Wir gehen mal kurz reparieren. Ah, ich habe noch gar nichts zum Reparieren, ne? Auch okay. So, Essen ist gleich fertig. Und dann müssen wir mal schauen, was ich hier so alles brauche. Ah ja, guck mal, hier die Stahlbahnen sind wieder fertig. Eisenbahnen. Was war das noch? Was musste ich noch herstellen? Den Kettenpanzer. Da brauche ich nochmal verbergen. Genau. Den Kettenpanzer. Dann müssen wir die Handschuhe noch freischalten. Die Stahlgroßachs müssen wir noch freischalten. Und, 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 warte, ich habe es vergessen. Das Eregion-Schild, ne? Ist aber gar nicht hier drin. Eregion-Schild, ne? Okay. Wir müssen weiterhin reparieren. Ich glaube, wir müssen hier weiter gucken, dass wir hier noch mal ein bisschen was finden, vielleicht. Okay. Hier nochmal ein bisschen was gucken, was wir hier in den Minen noch so finden. Guck mal, da ist zum Beispiel eine Statue, die ist ja kaputt. Aber die brauche, da brauche ich Steine für noch. Okay, Steine. Stimmt, hier war ich ja schon. Hier in der Ecke habe ich ja schon geguckt gehabt. Dann lass mich mal kurz da reingucken. Oh, das kann ich abbauen. Na, 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 jetzt komm her. Oh ja, das war... Okay, da geht es gerade nicht weiter, ne? Außer... Ja, außer ich baue mich drüber. Aber gut, dann lass uns doch erst mal hier. Lass uns doch erst mal... Wir haben ja hier noch viel zu erkunden. Stück für Stück. Hatte ich hier schon was reingeschmissen? Nein, hatte ich noch nicht. Ich glaube in dem anderen, ne? Bergziege. Oh, die ist aber schnell. Brauch dich. Da können wir uns durcharbeiten. Okay, dann arbeiten wir uns mal hier kurz durch. Hier kriegen wir ja auch nochmal... Ja, komm, hier kriegen wir Steine. Wir kriegen überall Steine. Nur halt nichts in so großen Mengen. Na. So, das, was wir noch abbauen können und mitnehmen können, das nehmen wir mal mit. Okay. Schauen wir mal hier rein. Oh, das ist nochmal Eisenerz, oder? Aber nochmal viel von dem Schatten. Wir haben das nochmal Eisenerz. Hm. Warte mal. Wir könnten ja Eisenerz mal abbauen und dann auf mal eine Platte packen. Oh, das war's. Mittag. Die Mittagsuhr hat geschlagen. Spinnen. Scheiße. Ich brauche eine bessere Webe für das. Die lassen sich aber auch nicht so wirklich zurückstoßen. Ja, die lassen sich auch nicht so wirklich zurückstoßen. Okay, komm. Schauen wir nochmal den Stein ein. Oh, wo geht es denn hier hin? Ach, eine Art Abkürzung hier. Haha. Okay. Da geht es auch nochmal weiter dann, ne? Ach, sieh meine an. Das hätte ich jetzt gar nicht entdeckt, ne? Wenn ich mich hier gar nicht durchgebuddelt hätte. Aber wir müssen sowieso jetzt erstmal kurz zurück. Ah, da sind nicht ganz viele Spinneneier da hinten wahrscheinlich, ne? Was haben wir denn hier noch? Hab dich gesehen. Was, ey? So, Naturfaser. Oh, was haben wir denn da oben? Zinnerz. Ja, komm. Packen wir Zinnerz mit rein? Brauchen wir. Jawoll. Jawoll. Sehr schön. Da auch nochmal ein bisschen. Immer her damit, immer her damit. Ich kann keinen Zinn mehr mit mir schleppen. Na ja, warte. Wir machen das gleich ganz geschickt. Wow. Wow. Guck dir auch mal an, was hier liegt. Was haben wir denn da? Metallteile. Wir haben da nochmal Fleisch. Komm. Machen wir es so. Zack. Okay, da geht es dann auch nochmal durch. Da geht es durch. Achso, halt. Muss er hier durch. Also, da ich hier öfters durch muss. Lass mich mal das Zeug hier reparieren. Na, dass ich mir hier nicht die Haut immer verbrenne. Ein Bienenstock. Drei Höhlen Honig nehmen. Oh. Okay, das nehmen wir nachher mit. Drei Höhlen Honig. Oha. So. Einmal das Fleisch rein. Ich habe noch nicht so viel Essen, ne? Warte mal ganz kurz, ich muss mir erstmal hier das da lagern. Achso. Gerade mit dem Stein wollte ich den da jetzt reparieren. ein bisschen raus. Also. Ich habe noch nicht noch einen Absatzge mystery руки. Eine Münze. Uhm. Nur eine Münze. Schade. Ach. wir haben noch so viel zu entdecken hier hölzerne truhe granat was haben wir zinnerz ja siehst du warte mal sind zinnerz lager das haben wir nämlich auch noch nicht ja es wird immer mehr immer mehr ein lager die wir hier aufbauen müssen edelstein schneider basamholz okay das habe ich noch nicht auch nicht schlecht auch nicht schlecht hier kupfer barren bronze barren ich weiß ich brauchte bronze barren für irgendwas ich habe doch noch nicht so viel kupfer erz da sind das ein von zwei fragmenten der kettenpanzer brauche noch mal ein verbergen und ich brauche definitiv die stahl groß axt er muss noch mal kurz zu großen schmiede vielleicht mal rüber da war ja auch was gewesen da war ein schild zum beispiel was ich jetzt noch nicht habe halt ich habe da was in meinem inventar und gesehen auf der leiste das möchte ich nicht so geil mitnehmen was sind das eigentlich kupfererz naturfaser okay metallteile einmal reparieren also wir sind ja hier ne da ist die große schmiede was ist denn hier genau da geht es runter wieder zurück wo geht es denn hier noch mal hin hier geht es zu keine ahnung wohin also nirgendswo das bauen wir gleich mal ab stein okay ein stein herzlichen glückwunsch du bär okay dann halt noch nicht darum dann lass mich hier noch mal ein bisschen gucken gehen erst mal den honig hier einsammeln bergarbeit und was rezept wird bergarbeiter helm vorwarte bergarbeiter helm ich habe ja noch kein helm hier na wo bist du denn wo bist du denn ja nicht hier warte mal ah guck mal hier kann ich auch gucken genau das ist region schild bronzbaren warquats habe ich nicht schildwahl bronzbaren sechs stück und der region sperr bronzbaren einer ah guck mal hier da ist noch der ein anderer schmelzofen werkbank ach guck mal hier pirscherhut ach das wird in der werkbank wo ist deine woher wieder eine werkbank höh oh gott ja ich habe schon lange keine werkbank mehr aufgebaut ach lol da ist auch ein jagdbogen drinne abenteuer rucksack verbergen acht stück bergarbeiter helm höhlen honig alles klar jagdbogen lass mich doch mal den jagdbogen mach oh man ich habe total vergessen die werkbank ne die habe total vergessen und verbergen müssen wir noch ein bisschen holen so feile brauchen holzstückchen wieso habe ich keine holzstückchen ich habe zu wenig ne sammel ich hier doch einfach mal ein das ist ja geil ich habe einen bogen so wie krass ist das denn das ist ja immer richtig cool und den hätte ich auch schon lange haben können so wie zum beispiel einen pirscherhut so den honig mal da rein packen das mal da rein packen dankeschön dann haben wir hier die metallteile und dann machen wir natürlich ein paar pfeile ne elben pfeile ok ein einfacher pfeil mit spitzbeinhalt 30 pfeile aha also einmal machen sind 30 pfeile gell ja hier 30 pfeile hey super hey klasse ups salat höhenhonig lichtapfel moosbeeren ich glaube ich muss echt nochmal echt nochmal zurück für den abenteuerrucksack genau verbergen da fehlen mir noch 5 stück um die schon mal zu machen dann gehen wir doch nochmal da drüben hin hier mal aus der mine raus nicht nur elben tragen bögen auch ein zwerg kann mit etwas zielwasser schnell aus der ferne feuern ja gut wir haben jetzt nacht ne der bewegt sich nicht also schließt sie jetzt einfach mal drauf da brauchen wir viele pfeile alter verfallter stein aufheben holzstöckchen aufheben jetzt du bist meiner ja 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 komm her alter jetzt mach den platt hier los los oh man aus und den mal also wir alter verfall da alle diese höhlenbär ist echt eine miese socke ich habe da war eigentlich ganz gut bearbeitet eigentlich aber egal wo ich habe jetzt gerade gar kein essen mehr ich sag ja weißt du ich muss noch mal zurück und noch mal ordentlich material von meinem alten lager hierher holen dass dann auch über 9 pfeile krabbeln ist echt nicht viel noch mal kurz ein rucksack steiner die pfeile haben ihm natürlich auch nicht wirklich weh getan und jetzt ist er auch weg jetzt nicht sammeln was haben wir denn da über mit teilstücke holzstückchen stein okay doch machen wir hierzu dampf riss versiegeln so haben wir hier auch unsere ruhe weiß der ausgang noch mal ich glaube hier hoch ja ich muss ich muss meine ganzen sachen rüberbringen damit ich hier ordentlich verstärkung habe also sprich nahrung die erze alles mögliche was haben wir da noch naja guck mal ich glaube das war eine eisenerzablagerung hier ja und ich muss gucken verbergen mit dem abenteuer rucksack kann ich dann ein bisschen besser hin und her laufen aber wight no ja weil Nein. Runtergefallen. Oh, nö. Fand ich es aber nicht so toll. Oh, das Verbergen ist jetzt auch wieder unten, wa? Toll. Toll. Hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht. Machst du fein. Ich brauche noch fünf Verbergen. Ich glaube da hinten, ne, ist ein Bär. Ah ja, guck mal hier. Attacke. Hey. Wieso hast du mich schon... Jawoll. So. Weiteres Verbergen. Die kriege ich auch noch. Ha. So. Nochmal ein Verbergen. Jetzt habe ich schon zwei. Fehlen mir noch drei für den Abenteuerrucksack. Ah, vielleicht auf dem Rückweg. Ich glaube, ich bin auch daran vorbeigelaufen. Wo ich eigentlich hin wollte. Ja, bin ich. Guck mal. Gut. Also ich werde die Essenskiste jetzt nicht komplett ausleeren, ne? Lager 4 West Tor belagert. Oh. I'll destroy you first. Oh. I'll destroy you first. Monsters in the air. Ah, toll. So, einmal umschützen, draus prügeln. Zack. So, auch du bist weg, du Eierkopf. Ja. Jetzt gibt's Geschnitzeltes hier. So, mein Fledermäuschen. Belagerung ist zu Ende. Oh, ja, 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 ja. Komm, dann reparieren. Oh ja, schon wieder alles kaputt hier, ne? Mensch, 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 Mensch. So, der macht immer noch nicht weiter. Okay. Ähm, wir haben hier noch Kohle, die ich mitnehmen wollte. So. Ja, dann machen wir das mal wegschmeißen kurz. Wir haben noch Holzstückchen weg. Lass mich mal oben gucken mit der Nahrung. Ja, wobei, du kannst mir mal ganz kurz ein Braten machen. Okay, also wir hätten gerne die Moosbeeren dabei. Äh, was war das? Moosbeeren, Lichtapfel. Ja. Thymiansamen. Sonnenzwiebel. Mhm. Ja. Damit kann ich auf jeden Fall ein bisschen was machen. So, der ist jetzt auch gleich fertig. Dann kann ich halt die Saphire wieder nicht mitnehmen, ne? Nee, das macht aber nichts. Da ist ja auch nochmal Kohle drin. Mhm. Ja. Mal gucken, ob der Abenteuerrucksack, wie viele Slots der mir geben wird. Ich vermute mal, der Abenteuerslot, der wird, warte mal, da ist Fleisch drin, ne? Der nimmt doch das Fleisch auch mit. Der wird mir eine Reihe da unten bescheren, eventuell. Aber okay. Beim nächsten Mal rennen wir dann mit dem Zeug nach Hause. Und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.